hallo und herzlich willkommen zu bauherrn mit es werden.de die anlaufstelle für bauherren und die es werden wollen mein name ist maxim dinkler ich bin hechteck und bauer und möchte dir dabei helfen auch herzwerden in der heutigen folge sprechen wir beim thema mit den bauherren konfrontiert werden immer wieder und ja auf den baustellen immer wieder zu finden ist und dazu gebe ich auch meine meinung ab ich würde auch deine meinung zu diesem thema interessieren deswegen kommentiert einen gleichnamigen post auf instagram bauherr unterstrich werden warum geht es denn es geht um schwarzarbeit es geht um schwarzarbeit auf den baustellen was es für folgen haben kann darüber sprechen wir jetzt was es bewirkt und was meine meinung dazu ist also wenn dich das interessiert dann bleibt dran und lass uns loslegen ich versuche euch ja mit meinem podcast auf alle möglichen herausforderungen und aspekte des bauens vorzubereiten aber egal wie viel man plant es gibt dinge die kann man einfach nicht beeinflussen zum beispiel wetterphänomene nicht nur jetzt im herbst mittlerweile gibt es das ganze jahr über stürme und starkregen und das kann verheerende folgen fürs eigenheim haben gerade überschwemmungen oder rückstau durch starkregen können auf einschlag eure mobile beschädigen und den gesamten hausrat vernichten und auch wenn man das im ernstfall leider nicht vermeiden kann kann man sich trotzdem gut absichern wie mit der elementarversicherung von axa denn axa übernimmt nicht nur die schäden durch überschwemmungen auf wunsch regelt axa auch die komplette abrechnung mit den handwerkern ein echter vorteil für euch denn so kommt zum laufenden hauskredit keine zusätzliche finanzielle belastung erfolgt zu und über den kostenlosen schaden service 360 grad haus vermittelt euch axa direkt die passenden handwerker für die instandsetzung eures hauses ihr könnt die elementarversicherung von axa zu eure wohngebäude oder eurer hausratversicherung als baustein abschließen alle weiteren informationen zur elementarversicherung von axa findet ihr in den show notes ja es gibt jetzt so eine studie und die studie besagt also da wurden die studie ist von bhw also bausparkasse bhw bausparkasse wurde einmal 2023 durchgeführt mit 702 befragten und einmal 2012 durchgeführt mit 2008 befragten und da hat man gefragt ist schwarzarbeit ihrer meinung nach eine straftat oder ein kavaliersdelikt ja da würde mich auch deine meinung interessieren wie gesagt also gerne auf instagram posten wie siehst du das ist schwarzarbeit eine straftat oder ist es wirklich ein kavaliersdelikt 2023 hat man diese studie geführt und 2012 also fast zehn jahre unterschied und ja die ergebnisse sind unterschiedlich 2023 haben 33 prozent gesagt dass es eine straftat ist und 2012 haben es 51 prozent gesagt das heißt die menschen sie jetzt 2023 soweit dass die preise gestiegen sind und so weiter und dann sagt man ja natürlich das ist eine straftat kavaliersdelikt sagen 17 prozent der befragten 2023 und vor elf jahren waren das zwölf prozent also mehr oder weniger gleich ein bisschen mehr und dann haben kommt auf die höhe des auftrags an 37 prozent gesagt 2023 und 2012 waren das 34 prozent und weiß nicht keine angabe haben 13 prozent gemacht beziehungsweise drei prozent also das war die statistik aber was bedeutet denn das schwarzarbeit ja was 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 ist damit gemeint damit ist gemeint dass du als bauherr jemand beauftragst er dir vielleicht ein angebot schreibt du dir das angebot anschaust und dann denkst du dir ja da unten diese 19 prozent die kann ich als privatperson sowieso nicht steuerlich geltend machen die spart ich mir ein halb mir 19 prozent gespart jacka jawohl geil so wenn ich das so weitermache 20 prozent baukosten eingespart juhu da gibt es aber ein paar hürden und da gibt es ein paar probleme damit und ja das erste problem was damit anfängt ist sobald du das als schwarzarbeit beauftragst also ohne eine rechnung auszustellen und dann auch bar also bar bezahlst und 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 so weiter und so fort sobald sobald das der fall ist hast du auch keinen rechtsanspruch ja weil die arbeit hat die person nicht ausgeführt es gibt keine rechnung es gibt keine beauftragung es gibt kein wenn es keine beauftragung keine rechnung gibt dann wurde die arbeit von dieser person nicht ausgeführt das heißt hast du mängelansprüche wurde irgendwas nicht richtig gemacht wurde irgendwas gemacht aber das folgegewerk kann seine arbeit nicht richtig machen hast du keinerlei chancen das zu beheben oder irgendwelche mängelansprüche durchzubekommen ja das ist das problem nummer eins problem nummer zwei ist dass wenn es zu einer prüfung kommt wenn da auf einmal jemand kommt und dann prüft beispielsweise kann das die bgbau sein und auf einmal stellt sich heraus oh da ist schwarzarbeit am start dann ist das nicht gut ja dann hast du damit ein problem und zwar ein großes problem ja wir wissen wie die steuerbehörden unterwegs sind und dass die dann auch gerne überprüfen und wenn das dann rauskommt keine gute idee das ist problem nummer zwei problem nummer drei ist eine finanzierende bank weil die wenigsten bezahlen ihr haus aus eigenmitteln ja da ist meistens noch mal eine bank dazwischen jedes ganze finanziert und wenn die bank nachweise verlangt und wenn die bank sagt okay schicken wir mal deine nachweise dann zahlen wir aus und die schicken nur auf nachweis einer rechnung aus und du hast 40.000 euro cash bezahlt jetzt willst du es von der bank holen weil das ja auf den hauskredit läuft dann sagt die bank nee nee das zahlen wir nicht aus wieso soll ich dir die 40.000 euro auszahlen die arbeit wurde ja nicht erfüllt oder die hast du in eigenleistung gemacht oder 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 aber wir können dir das nicht auszahlen ja und dann hast du das problem dass du den kredit einfach nicht voll abrufen kannst und dein eigenkapitalquote dadurch deutlich leidet ja also man merkt relativ schnell dass im ersten augenblick wenn man darüber nachdenkt dann denkt man sich ja cool 19 prozent eingespart doch es kommen viele fallstrecke die einfach ja ein geschmäckle hinterlassen und dieses geschmäckle kann umso krasser werden ja je höher die beträge sind die höher der was oder je mehr da irgendwas kaputt geht oder 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 also es gibt so viele fallstrecke und da muss man so arg aufpassen von daher meiner meinung nach eine absolute empfehlung es nicht zu machen ja also nicht schwarz beauftragen macht alles rechtlich sauber dann seid ihr rechtlich sauber und dann habt ihr nämlich auch die möglichkeit wenn etwas nicht stimmen sollte wenn etwas nicht passen sollte wenn es an der ausführung gehabert hat wenn es an den materialien gehabert hat und so weiter und so fort weil guck mal das problem ist ja auch das folgende selbst wenn du sagst ja ausführung hin und her ich sage dann ich habe das selbst gemacht das ist dann produktionsfehler was auch tatsächlich vielleicht stimmen kann in dem einen oder anderen fall aber dann heißt es wer hat eingebaut ja und wenn du dann nicht beweisen kannst durch eine rechnung ja die du hast von einer fachfirma das ist kein fachmann eingebaut hat oder keine fachfirma eingebaut hat wenn du das nicht nachweisen kannst dann kann es auch so viel material fehler sein wie es möglich ist du siehst dann blöd aus der wäsche weil du dann nichts bekommst ja also von daher eine ganz klare empfehlung nicht dahin zu gehen und schwarz zu beauftragen sondern einfach alles sauber machen dann hast du nämlich den anspruch den rechtlichen anspruch du kannst alles nachweisen der bank gegenüber dem finanzamt gegenüber du kannst es der bg bau gegenüber nachweisen du kannst du hast gewährleistungsansprüche wenn etwas nicht richtig ausgeführt wurde dann kannst du dann eben auch rechtlich dagegen vorgehen ja das ist das große thema denn es mag also das thema ist auch folgendes was ich auch immer wieder zu hören bekomme ja ist auch das thema ja das ist so ein einfaches gewerk da kann doch gar nichts schief gehen manchmal ist es so ja manchmal ist es so aber das ist sehr selten so denn auch wenn jemand der mit einem gewerk arbeitet auf der baustelle denn nichts falsch machen kann der ist trotzdem auf der baustelle der kann stolpern der kann fallen der kann sich verletzen der kann auf der baustelle im schlimmsten im allerschlimmsten fall kann der sterben es kann es kann es kann es kann einen brand geben und wenn die brandursache dann darauf hindeutet dass diese person dort war und diese person hat keinen auftrag und ist nicht beauftragt macht hier schwarzarbeit dann haben wir ein problem nee dann hast du als beauftraggeber ein problem das ist das thema und ja und und manchmal ist dann auch nicht einfach zu nicht fertig gedacht ja weil man sich sagt okay ich habe zwar die möglichkeit das oder jenes zu machen aber da kann auch nicht schief gehen und du siehst einfach nicht dass er trotzdem auf eine leitung treten kann die dann kaputt geht und es fällt auf nicht im gleichen moment sondern es fällt halt zwei monate später auf ja weil das niemand überprüft hat es kann eine stromleitung kaputt gerne eine wasserleitung eine heizleitung es kann irgendwas so verbaut werden dass das folgegewerk nicht mehr sauber arbeiten kann und dann hast du keinerlei rechtsanspruch dann kannst du nicht hingehen und sagen hey du kannst dahin gehen und sagen hey das musst du jetzt aber weg machen und anders machen weil das so nicht geht dann kann derjenige sagen ja ich fahr doch gar nicht auf deiner baustelle und was machst du dann ja dann sagt er dann hat er nie dann hast du nichts gegen die person in der hand hast du nichts kannst du nichts machen und deswegen die klare empfehlung bleibt sauber macht sauber einfach rechtlich sauber bleiben und dann habt ihr kein keine kopfschmerzen keine zusätzlichen ja und und alles wird besser sein ja wenn ihr das tatsächlich so macht das ist meine klare empfehlung ich danke dir für diese kurze folge es war mir aber wichtig dass man darüber gesprochen hat weil ich eben diese statistik gesehen habe und ich denke wenn es eine statistik dazu gibt dann ist es auf jeden fall relevant ich versuche euch ja mit meinem podcast auf alle möglichen herausforderungen und aspekte des bauens vorzubereiten aber egal wie viel man plant es gibt dinge die kann man einfach nicht beeinflussen zum beispiel wetterphänomene nicht nur jetzt im herbst mittlerweile gibt es das ganze jahr über stürme und stark regen und das kann verheerende folgen fürs eigenheim haben gerade überschwemmungen oder rückstau durch stark regen können auf einschlag eure immobile beschädigen und den gesamten hausrat vernichten und auch wenn man das im ernstfall leider nicht vermeiden kann kann man sich trotzdem gut absichern wie mit der elementarversicherung von axa denn axa übernimmt nicht nur die schäden durch überschwemmungen auf wunsch regelt axa auch die komplette abrechnung mit den handwerkern ein echter vorteil für euch denn so kommt zum laufenden hauskredit keine zusätzliche finanzielle belastung auf euch zu und über den kostenlosen schaden service 360 grad haus vermittelt euch axa direkt die passenden handwerker für die instandsetzung eures hauses ihr könnt die elementarversicherung von axa zu eurem wohngebäude oder eurer hausratversicherung als baustein abschließen alle weiteren informationen zur elementarversicherung von axa findet ihr in den show notes das war meine meinung dazu ich danke dir dass du mir zugehört hast wenn es für dich interessant ist dass du jemand suchst ein architekten für eine planung für dein haus dein anbau deine deinen dach ausbau deinen anbau neubau mehrfamilienhaus einfamilienhaus was auch immer melde ich gerne wir planen deutschlandweit wir führen aus zwischen heidelberg und karlsruhe melde dich gerne bei uns schreib mir hierzu einfach eine e mail an info at bauherm-werden.de und dann gehen wir in kontakt und schauen wie wir zusammen kommen in diesem sinne vielen dank fürs zuhören ich wünsche dir nun das aller allerbeste bei deinem projekt eikenheim und immer daran denken um bauher zu werden schau rein bei bauherm-werden schau dein maxi ja ja